Hey Leute, bevor die neue Folge Minecraft Monday losgeht, möchte ich gerne noch eine wichtige Info loswerden und zwar zu Trouble in Terrorist Town, zu unserem Let's Play. Wir haben uns nämlich darauf geeinigt, dass dieses Projekt nicht nur montags und freitags kommt, sondern auch noch mittwochs. Und die Uhrzeit hat sich auch geändert, nämlich nicht mehr 18.30 Uhr, sondern um 15 Uhr. Heißt also jetzt montags, mittwochs und freitags kommt jeweils eine Folge TTT schon am Nachmittag um 15 Uhr. Also schaltet auch wieder ein, wenn es in knapp zwei Stunden soweit ist und dann, ja, viel Spaß ist mit der Minecraft Monday. Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Monday. Heute spielen wir Mario Party und zwar mal wieder mit einem Gast und zwar mit dem Electronic HD. Hallo und ich habe jetzt eine 1 gewürfelt, was hast du gesagt? Ich weiß gar nicht, ich habe eine 3 oder so gewürfelt. Ja, genau, ich hatte eine 3. So, Garden Games zum ersten Mal. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche mal eine Folge zusammen aufnehmen, aber ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, dass mein Mikrofon irgendwie ein bisschen gespackt hat und heute, hoffentlich, hält es. So halbwegs. Vorletzte Woche wollten wir eigentlich auch. Genau, aber da hat das nicht getan. Aber jetzt bin ich umso froher, dass es mal geklappt hat und jetzt mal gucken. Bekommt man denn, wenn man von ganz oben runter springt, bekommt man da Schaden? Oh. Nein. Okay. Jetzt bin ich wieder beim Goldschwert, ey, Mann. Ich bin noch bei der Eisendrofe. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen weiter hier kommen. Jawohl, jetzt habe ich ein Diaschwert, sehr gut. Gut. Nein, aber ich bin auf dem vierten Platz. Ich habe meinen Rekord und habe das Goldschwert. Ah, na. Echt? Ja, ich glaube, das habe ich, weil ich das noch nie gespielt habe. Okay, na gut, dann mal gucken. Eine 4, immerhin. Ich habe eine 4. Ich habe eine 1. Also bist du jetzt vor mir? Ja, ich glaube, du bist vor mir. Ja, da bist du da. Da hinten, guck mal. Knockout. Knockout, ja. Geht. Was ist das? Das ist auch, glaube ich, eine neue Idee, oder? Ach, nee, das. Okay, gut. Das kenne ich. Da haben wir gleich eine Rekorde. Ja. 0? Nee, ich weiß gar nicht. Der 5. Ach, da rechts, genau. Ah, ja. Stimmt. 14 hat der eine, ey. Ja. Und GLP hat der auch irgendwie was mit. Ich glaube, ich. Ja, der ist da auch ziemlich gut, weil der das auch ganz schön häufig zockt immer, ne? Mario Party ist da richtig, so ein richtiger Süchtiger ist der da. So, zack. Ich habe schon mal zwei Kills, glaube ich, oder nur? Ich habe einen. Ich habe jetzt zwei. Ich habe jetzt auch zwei. Oh, nein. Ah. Gut, ich bin noch einmal gestorben. Aber vielleicht habe ich den da irgendwann mal auf der Aufnahme und vielleicht, vielleicht, vielleicht werde ich das dann ja mal reinsenden. Der weggebannt. Ja, hoffentlich, ey. So, Leute, will ich nicht spielen. Item. Nein, hat sich das Clown nicht mehr drunter gemacht. Ich glaube, den grünen Tor. Nein. Ich meine Runde im Moment. Nee, meine irgendwie auch nicht, weil ich fall immer irgendwie so total unnötig runter. Ah, guck mal, jetzt habe ich einen Kill. Ich habe Doppelsprung. Ja, der hackt, der hackt, der hackt. Ich weiß, wen du meinst. Und zwar der The Voidwalker. Kann man sich denn noch irgendwie retten? Weil ich glaube, bei Super Smash Brothers, da kann man sich ja retten. Aber ich glaube, hier nicht, ne? Ja, hier gibt es das Item mit einem Doppelsprung und da einen Enterhaken gibt es. Also nur mit einem Item. Ah, fuck, ja, super, ey. Ah, ich habe den Superschlag. Oh, oh, das hört sich gut an. Ja. Oh, ja. Damit machst du mehr Knockback, glaube ich. Habe ich gerade gemerkt, ich habe gerade noch jemanden gekillt. Ja, Alter, geht doch schön anlaufen mich. Oh, Rekord. Ja, du bist Zweiter. Ja, und ich habe noch einen Rekord. Ich habe sieben. Sieben habe ich. Ich würde mich freuen, wenn ich mal ein paar hohe Zahnwürfel würde. Drei. Ich auch und ich darf nochmal. Und ne vier, also sieben insgesamt. Ah, auch nicht grad. Das gelbe vom Ei. Ein vor mir wäre ein Bowserfeld gewesen. Oh, lol. Da hast du Glück gehabt. Du bist jetzt... Oh, vorvollziehbar. Ja, aber Bowserfeld kann ja auch, äh, äh, dings positiv Auswirkungen. Ja, im besten Fall. So, los geht's. Wo sind denn die restlichen Spieler oder hast du bei dir auch gar keine Mitspieler? Ja, ja. Ja, okay. Ja, okay, gut, dann ist das so. Ne, gut, ich hatte mich nur gerade gewundert. Ich würde mich auch sichtbar machen auf dem grauen Ding. Ah, nice. Ah, ja, stimmt. Man, ich verpasse immer das Wasser. Ich habe das erste Modul jetzt geschafft. Ich bin immer zu blöd. Ich verpasse immer das Wasser so ganz knapp. Das ist nicht mein Spiel. Komm, jetzt aber. Ja, zwei haben wir schon. Alter, lol. Ich bin gerade mal bei zwei. Ich bin auch gerade mal bei zwei. Ja, und das zweite... Ich versuche gerade die Straße irgendwie hochzufallen. Jetzt vielleicht. Nein. Fast. Ich hatte es fast. Warte. Jetzt. Nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Was? Na, was? Wo springst du denn runter? Ich gehe nach rechts. Rechts runter. Okay, ich probiere das jetzt auch mal. Da muss man ganz schnell wieder zurück, ey. Und ein bisschen nach vorne. Und dann eigentlich... Ne. Ja, gut, aber die Zeit ist ja auch gleich rum. Ah, komm, komm. Ich war doch... Ja. Ich habe es geschafft. Hast du es? Ja, ich bin jetzt beim letzten. Aber beim letzten... Ach, du Scheiße. Die ganzen Drachen. Ach, da. Ah, okay, warte. Das ist nicht so schwer. Also, das letzte, das hätte ich mir auch schwieriger vorgestellt. Ja, ich bin auch beim letzten. Ja? Ah, nice. Ja, dann wird es jetzt spannend. Ah, das Drachenmodus. Scheiße, scheiße. Ich habe mich gebackt. Das könnte mich retten. Ne, könnte ich mich nicht. Komm, jetzt. Ja, ja, ja. Nein. Ich war einen Block weiter links. Hm, hm, hm. Ne. Jetzt bin ich raus. Scheiße, jetzt. Habe ich gerade einen guten Weg? Ich kann es schaffen. Ich schaffe es. Nein. Ah, vierter. Aber gut. Dritter. Na, du darfst jetzt auch immerhin zweimal würfeln. Ohne sechs. Ja, ne drei. Ja, geil. Ohne zwei, okay. Ah, immerhin. Mühsam ernährt sie statt Eichhörnchen, weißt du doch. Oh, Minengefecht. Min, das mag ich das. Ist das das, wo man über die... Ne, warte mal. Nein, das ist Minfels. Da, wo man sich graben muss. Ah, ja. Mhm. Äh, ist das auch da, wo man die Mitspieler kurzzeitig sieht, ja, ne? Ja. Genau. Ah, gut. Dann ist das. Ich habe noch viel, ich werde nix hier. Oh, oh, ich höre schon einen bei mir. Komm, nur Schuhe. Spieler werden kurzsichtbar. Oh, ich bin direkt an der Wall. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Gut, bei mir ist gerade niemand so richtig in der Nähe. Also ich habe ein bisschen Platz. Mir geht's. Oh, ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Steinschwert, ein Brustpanzer, Eisenbrustpanzer. Oh, ein verzaubertes Eisenschwert. Jawohl, ey, läuft bei dir. Verzaubertes Eisenschwert. Ich habe ein verzaubertes Eisenschwert. Hör ein, ganz laut. Ich glaube, das bist du. Und ich glaube, das bin ich. Hinter dir? Nein. Hä? Habe ich dich gerade getötet? Nee, ne? Nein, nein, ich lebe noch. Okay. Hier, oh, oh. Mario, stirb! Ah, da sehe ich dich, warte. Oh, Mario war nicht. Hast du den getötet? Ja, ja. Und der hat mich gar nicht getroffen. Okay, dann bin ich, glaube ich, da. Oh, oh. Das sind, okay, das bist du. Ich laufe weg, aber ich bin gleich wieder da. Da hinten. Bist du weggelaufen? Haust du ab? Klar, haust du ab. Ja, das bist du aus der Kürb, ja. Loll, ey. Okay, das ist die beste Runde, die ich bislang spiele bei dem Spielmodus. Ich bin sonst immer früher ausgeschieden. Ey, ich war mal ein sechster. Und mein zweiter. Sechster. Ja, stimmt. Zurzeit. So, da ist jetzt noch jemand. Den hole ich mir. Ah, fuck. Der hat, glaube ich, bessere Kürb. Der weggt dich, glaube ich. Nein, alter. Junge, 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 ey. Binst du, glaube ich. Hater würden sagen, ist fake, aber ist leider nicht so. Oh, nice. Geil. Ich habe drei Kills. Na, das ist doch mal. Spitzenmäßig. Komm, eine 6, Bietze, oder eine 5. Eine 5, okay, damit kann ich nicht leben. Gut, ich habe eine 6 und eine 4. Gut, also 10. Also jetzt auch für 27. 9 Felder vor mir gab. Ja, du bist auf welchem Feld? 18. 18. Ja, müsste 9 sein, ja. Der erste braucht noch 12 Felder. Lol, alter. Oh, Wulblock. Das ist auch ein geiles Spiel. Wulblock, ja. Das geht so bei mir. Ich habe hier immer das Problem mit diesem Zusatzblock, weil man kriegt ja auch manchmal so Zusatzblöcke und ich weiß nicht, ob man die mit Rechtsklick setzen muss oder mit Linksklick, irgendwie damit man sich noch rettet. Weiß ich auch nicht. Ich bin irgendwie immer so langsam und bei mir ist nichts. Ich bin so, ich check das erst immer so spät, wenn ich so den Block bekomme. Oh, oh. Schwarz. Aha, rosa stehen bleiben. Ja, noch geht das, aber die Zeit geht ja irgendwann schneller um. Oh, hellblau. Theo ist tot. Oh, mein Auge. Violet. Nein! Guck, ich habe jetzt zum Beispiel eine Plattform. Wie muss ich die denn setzen? Mit links oder rechts klick, ich weiß nicht. Das ist jetzt die Frage. Oh, alter, alter. Ich bin immer noch. Mann, ich stand gerade auf dem Block und da bin ich noch einen weitergesprungen und dann war ich tot. Das schaffst du nicht. Nein, ah. Gut, ich höre auf jeden Fall Zweiter. Scheiße. Nee, also wenn der jetzt vorne noch zwei Sechsen würfelt, dann hat der gewonnen. Ich glaube, der, der gewonnen hat, der führt auch das Feld komplett an. Eine vier immerhin. Eine fünf und eine fünf, also zehn. Ich glaube, er hat... Oh, unser Feld, bitte vorne, bitte. Ich glaube, er hat gewonnen. Ich habe drei Felder nach vorne, ja. Du? Nice. Ja. Ich glaube, aber er hat gewonnen. Ich glaube, er ist im Ziel. Nein. Nee, ein Feld noch, ein Feld noch. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter zwischen euch. Jump, oh nein, jump, nein. Jump in one kann ich noch, äh, obwohl, bauen und dann jump in one. Das sind meine Schlichtesten. Ha, na, da wirst du halt echt Spaß haben, wenn wir noch Master Builders bei dir machen. Ja, sehr gut. Nice. Gut, also ich kann jetzt nur hoffen, dass dieser Schiefprinz, oder wie der heißt, nicht gewinne und ich halbwegs hohe... Ja, obwohl... Ja, aber der wird ja so oder so ins Ziel kommen. Ja, er kommt so oder so ins Ziel, weil er würfelt auf keinen Fall eine Null. Ja, er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Oder ich würfel halt höhere Zahlen als er. Ja, dann habe ich... Ja, wenn er jetzt nur eine Zwei würfelt, dann ist er ein Feld über dem Ziel und du zwei Sechsen oder... Ja, oh, ich... Jetzt bin ich hier in diesem Spinnennetz, ey. Ich komme nicht raus. Ja, da bin ich jetzt gerade auch. Ja, der ist schon wieder auf dem vierten Platz, dieser Chefsprinz. Der wird gewinnen. Runter hier, plumpst. Nein, jetzt bin ich runtergefallen, aber nicht wieder ganz von vorne. Nein, okay, von diesem Holzding hier. Jetzt hänge ich hier an diesem einen Holzding. Ich habe es doch gleich geschafft und der ist nicht... Nicht unter den ersten Vieren, oder? So, dieser schwierige Schwung, ja. Der ist sehr schwer. Ach, Mann, ey. Okay, aber man fällt... Aber ich werde immer noch Zweiter werden hinter dir. Das wäre nice. So. Ja, ich habe noch einen Abstamm auf Chefsprinz, aber Chefsprinz weiter jetzt. Ja, dann wird er... Gut, also ich... Ja, er hängt hier aber auch. Gut, also ich bin jetzt im Ziel. Noch einer, Dr. Klaus. Ah, die Ba... Ah, okay. Nee, der wird ins Ziel kommen. 14, ja, schaffst du noch? Nee, aber der wird... Ja, gewonnen. Jetzt weiter hier. Jawohl. Er ist nicht erst Sechster. Oh, geil. Also ich... Ich könnte noch Glück haben, aber ich muss jetzt... Aber wenn er eine Sechs würfelt, das Game glaube ich fast vorbei. Ich habe eine Vier. Nee, dann... Eine Vier? Ja, und eine Vier, also Acht. Und eine Drei. Oh, wenn er eine Eins hat. Gut, ich... Es wird spannend. Bowser fällt noch, bitte nach vorne. Vier Felder zurück, das kann doch nicht sein. Oh, ich bin glaube ich... Ich bin jetzt glaube ich auf dem gleichen Feld wie er, aber Chefs... Prinz... Beide seid... Ihr seid beide erst. Aha, wie geil. Das heißt, er hat eine Eins gewürfelt. Ah, jetzt. Das war das Beste, was ich irgendwie machen konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Und du, du bist auf dem wievielten? Sechster. Na, immerhin unter den besten Zehn. Ja. Also... Wir müssen sich Letzter. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge Minecraft Monday. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like, da lasst ein Abo, da schaut auch beim Electronic HD. Bei dem nehmen wir jetzt gleich noch eine Folge Minecraft Saturday auf. Ähm, genau. Stimmt vorher... Stimmt vorher in den nächsten Spielmodus ab. Ihr kennt das oben rechts in der Infocard. Und dann... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.